Ja, Elfmeter, hoffentlich die nächste Route. Bitte! Ey! Mann! Keine Route! Der Kopfball geht wieder nicht rein. Das sind alles 100%. Ja, ich darf das Spiel nicht gewinnen. Ich werde dieses Spiel nicht gewinnen. Ihr werdet sehen. Ich... 88. Minute. 88. Minute, Digga. 88. Minute, greift an. Greift an. Greift an, ihr kleinen Missgestalten. Eingreifen! Mann! Jetzt kommt er auch noch durch. Jetzt kommt er auch noch durch! Jetzt kommt er auch noch durch! Mann! Mann! Unsympathisch. Bruder! Was ist denn da? Fuck! Vitor! Ey, der ist doch vorbei! Oh mein Gott, ich spiel gegen R9, Pelé, Hullet, Vieira, CR7 in Rot. Wie lange macht er es? Nein, nicht, 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 nicht so ein Tor. Abstauber, erstes Tor von... Digga, was ist der für jemand? Die einzigen normalen Karten in seinem Team, also Goldkarten, sind Herr Stegen, Varan, Mondi, Walker. Da ist schon so einer, der hat dann auch noch CR7 in Rot. Er wechselt R9 aus. Nein. Der hat R9 ausgewechselt! Für Neymar! Digga, was seh ich da? Digga, der hat einfach eine neue Chemie rübernommen. Der dachte sich, ich brauch ne Ikone, ne brasilianische. Ja, eben. Hä? Hä? Hä, was ist denn jetzt passiert? Hä? Was? 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 Digga, was? Nein, er hat mich an der Mittellinie gefraut, es gibt Elfmeter für mich. Was war das? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Hey. Digga, das ist mir nochmal eh mal groß. Oh mein Gott. Dieser Varan hat gerade einen Tanz aufgeführt. Was war das, Junge? Irgendlicher, englischer Volkstanz, oder was war das? Digga, dieses Spiel ist so schlecht. So schlecht. Das ist doch einmal vernünftig, Junge. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Von den OP-Lupfern, ja, von denen habe ich gehört. Sollen wir den mal testen? Komm, wir testen den mal. Was? Was? so konzentriert bleiben zu beginn war der schon sehr sehr krass das war übrigens mein tor chat ich bin der woche der war echt lecker ja ja marcel machen wir so kannst du nicht morgen einfach daran erinnern mein gott hier war sein teil war schon crazy das ist hier die auf wisch maximal kommt noch ein nein noch ein junge der allerbeste ich will ja nichts sagen aber fünf tore von timo ein von mir alle die auf mich gewendet haben tut mir leid aber sang und klanglos untergegangen man könnte meinen du bist du bist e-sportler timo ja wenn sie wird schon aufgelöst ja ganz ehrlich das werde ich nicht mehr wollen und wenn doch dann ist halt hier gescriptet kein pass kommt an nichts funktioniert ja hier delay sports genau das ist es ist es ist ein nicht ernst zu nehmen bares spiel genau so fühlt sich das nämlich auch gerade an jetzt vielleicht und ich glaube da haben sie diese situation unbeschadet überstanden auch mal ein scorpion kick machen oder die gaito scheiß auf den jungs meine ansicht an jungs klub klub kipp jungs ich mache jetzt weiter ok jetzt was macht der keeper da ich denke die ganze zeit an eier das kam jetzt komisch aus so habe ich das nicht gemeint aber ihr wisst was ich meine die nachbarn können mir so dreckig die pappert sie runter lecken ich sage sie wie sie sie erwähnt ich ziehe die hosen runter und kack euch auf den tisch so war ich hier sitze hier so gehe ich hin zu euch und kack euch so dermaßen auf euren verschissenen tisch man ich kack euch auf den tisch na aktion Nein, das ist nicht genau dein Team. Warte mal, wer schießt denn hier? Oh mein Gott! Er ist einfach der Elfmeter-Killer Trimax Khan. Gute Flanke! Jetzt kann doch was entstehen! Schon wieder ein Elfmeter geben sie! Ja, was ist denn heute los mit denen? Hier ist der dritte, ich habe zwei Games, drei Elfer gegen mich. Nur, dass es keine Karte gibt, das überrascht mich dann doch. Ja, das muss man ganz deutlich sagen, das ist eine Fehlentscheidung, das war mindestens gelb. Nö, das ist unglaublich. Ohne Witz hättest du 500 Euro draufgesetzt, dass du mit dir schießt. Ich bin ehrlich, ich dachte du springst. Können wir noch ein Elfmeter haben, dass ich dann auch drei verschossen hab gleich? Oh mein Gott! Chat! Nein! Ey! Clip das! Ey, ich bin fertig! Ich bin... Game over! Das war's! Ja! Juhuku! Hilfe! Kipp das mal bitte jemand! Hallo! Ich kann keinen Abschluss machen! Seine Mutter habe ich gefickt, Digga. Und die von dem Scheiß geht mir auch von dem kleinen Nuttensohn, Digga. Oh, Walker. Skill-Monster. Alter. Sorry, Bossio. Was willst du hier drehen, Bruder? Das Einzige, was du hier drehen kannst, ist deine Mundt. Aha. Oh, mundtot. Ey, wir können noch unentschieden, aber bringt ja auch nichts. Zwei Minuten, zwei Tore, komm. Komm mal, mach ich alle an, ich alles. Erke, schon, alle nach vorne. Alle nach vorne, Mann. Erke, schon, alle nach Verteidigung. Aber Ball geht zu unserem Tor, wie genau er ist. Aber er dreht, jawohl. Gut, das war's. Spaß, wir haben den. Jetzt. Einmal richtet alleine eine Ein-Mann-Armee. Einfach keinen Sieg gönnen. Komm. Heidi. Nein. Ey. Ey, jeder nach vorne jetzt. Wir können noch einen Angriff kriegen, wenn die Show. Boah, wenn wir das drehen, Bruder. Jeder nach vorne, jeder. Ja, ich habe noch ein paar Tage, Digga. Grennt. Alle Mann decken alles. Jetzt passt. Ich kann nichts machen. Fall schnell. Komm. Sehr schnell. Ich muss richtig schnell. Nein. Geh doch. Ey. 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 Nehm. Wir haben. Geh. Schieß. Oh mein Gott. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da fängt er nicht lang. Ganz unbiss. Pff. Oh mein Gott. Ich habe gerade das beste Tor der Welt gemacht. Oh mein Gott. Gönne Ecke. Krass. Aber ich bin nicht sauer. Hallo? Hallo? Ah, Elegenda. Hi. Ich habe es gesehen. Ja, aber ich hätte eh nicht zu Ende gespielt. Nice Spiel gewesen. Ich hätte es ja eh nicht zu Ende gespielt. Es ist einfach... Ja, was denn? Auch mal Emotionen zeigen. Fühle ich direkt, wenn ich hier drin bin. Alles gut. Was soll ich dir sagen? Ich habe das Ding Freitag gestartet. Was soll ich dir erzählen? Erste Spiel vielleicht eine Niederlage. Ich habe gerade das beste Tor der Welt geschossen. Hat EA entschieden. Die gewinnt nicht der Bessere. Okay. Ich wollte das nicht machen. Was jetzt kommt. Aber das ist ein bisschen eklig. Habe ich mir von einem FIFA-Profi abgeschaut. Kannst du mir das beibringen? Holy shit, schick mal an den Link. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, ja. Der steht vorne drinnen jetzt. Der macht man mal. Ausklang. Dorsuhn! Dorsuhn! Da ist der Anstoß! Bakt des Jahres! Was sagt... Oh mein Gott! Oh no! Oh no! Oh no! Ja wie... Geht das schon wieder los? Er hat immer noch Name und Kantone an. Und Riot. Angst vor Riot. Was für Abseits, den hat er doch gespielt! Oh mein Gott, ist das krank. Oh mein Gott, ist das krank. Digga, guck dir das Tor an. Guck dir das Tor an. FIFA Deutschland, perfektes Beispiel für diese Weekend League. Ja, wie hat der Tor? Kann ich auch nicht auf, Arne Lurie? Ja, der Hacke-Zacke war stark. Ich weiß, er drückt Pause. Und ich mach's trotzdem. Gib mal bitte Ronaldo die 7 Uhr, das triggert mich so sehr. Aber guck mal, du musst überlegen, es triggert auch den Gegner. Du musst Ronaldo eigentlich die 10 geben. Warum? Hä? Warum ist nicht mehr Pause angemeldet? Hä? Hä? Er hat Pause gedrückt! Hä? Er spielt nicht mehr! Das ist kein... Das ist kein Zeiger mehr! Den Park hatte ich auch mal! Hä? Der ist rausgegangen, ne? Ja, ja. Und ich spiel jetzt gegen Computer. Info Champions. Ja! Junge! Ich will kein Squad Battles spielen! Jetzt, Fines. Jetzt, Fines machen müssen! Ey, bitte, was... Warte, ich guck mal kurz jetzt nach in... Hä? Nein, hör drauf! Ey, ey, komm schon! Digga, warum? Was hab ich da? Ich kann nicht mal Pause drücken! Bitte! Ey, Jungs! Ich kann nicht drücken, bitte! Ich fache... Das ist so schön, dass deine Sache ist! Du kriegst Lust dafür! Kein Faul. Es reicht, Digga! Was ist das? Was ist los? Da sitzt er so wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, find ich ja auch. Wie, bist du auch? Ich hab dich doch bestellt. Doch, okay, das... Moment, 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 Moment! Moment, 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 Moment! Moment, 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 Moment! Das fühlt sich... Äh, huch? Äh... Guck's dir an, ich krieg so ne Gänsehaut. Warum hast du denn gelohnt? Tor! Ey Frauhl! Ey dicker Schiri! Ey! Am Ende, Achtung, ist es die Tagesform. Die Baller, da ist los! Alles gesehen! Alles gesehen! Emi guack Emi! Abo! Abo! Nein Ron! Ron nein! 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 Klippis, Klippis, bitte Klippis! Ach, digga, fick deine Mutter, digga! Ich hab kein Bock mehr auf diese Spür! Could reduce the deficit. Oh, right in the neck of time. It's gone in! Oh! Was soll ich mal auch so? Ja guckt euch das mal an, digga. Guckt ihr euch? Ja mit der Hand! Mit der Hand! BOOOOO! F1-Faul! Was passiert in dem Scheißspiel eigentlich? Ich geh kaputt! Ich krieg ne Gänsehaut! Ich krieg ne Gänsehaut, Freunde! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich quall... Oh, bei Mejang ist es das. Fällt das Tor doch noch. Die Chance. So, und jetzt die Chance. Forsten, aber es geht weiter. Der wäre gut. Cristiano Ronaldo verliert den Ball. Oh, bei Mejang ist es das. Fällt das Tor doch noch. Die Chance. So, und jetzt die Chance. Bruder, schämst du dich nicht, Alessandrine? Ich schwöre, seit 300 Spielen kommt er wieder zum ersten Mal rein. Erste Aktion das, Bruder. Erste Aktion direkt. Neuer macht sich breit, hält ihn. Er geht den Ball, er geht durch den Arm und dann geht er durch den Körper von Neuer. Plupp. Als ob der ein Ei gelegt hätte. Als ob der ein Ei gelegt hätte. Und dann hält der Neuer noch die Hand dahin. Mit der Alaba, den ich nach außen klären kann. Stark, stark. Weiter. Ich verstehe nichts mehr. Ich verstehe gar 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 nichts mehr. Ich schwöre, ich bin fertig mit den Nerven. Kliefer Deutschland. Guckt euch das mal an. Dieser Pass. Guck mal, Alaba's Fuß. Der Geist ist krank. Guck mal. Warte mal. Ich kann nicht mehr. Hat er gerade gehalten mit der Hand? Ich bin keine Maschine. Oh, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Oh, der kommt. Ah, okay. Das ist seine Entschuldigung. Grüße gehen raus an EA. Ich dachte schon FIFA 20 wäre schlecht. Aber dann kam FIFA 21. Ja, das hat mich eines Besseren belehrt. Gegen den Kopf von Thunder sah. Dann kommt der runter. Und dann geht er rein, Digga. Was hat der da jetzt gerade abgefiffen? Scheiße, ich habe das nie gehabt. Als ich klein war, ich fand das mal voll cool. Weil ich dachte, Bruder, das ist ja dann voll einfach damit zu machen. Also EA Sports, will ihr mir meine Tuchel hier stehen? Warum, warum, warum? 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 Wieso, Nico? Wieso ist dieses Spiel ein Hurensohn? Hey, hey! Warum ist dieses Spiel ein Hurensohn? Digga, es fackt mich ab, dieses Spiel einfach. Ich schwöre, ich war noch nie so krass im Loch, dieses... Ich fühle mich so machtlos immer an diesen Spielen. Ich fühle mich so, als wenn ich mich einfach gefesselt bin auf so ein Bett. Und dann kommt EA Sports mit so einer Lanze. Und ich bin gefesselt. Und ich sage, bitte mach es nicht. Und es macht es die ganze Zeit. Und streichelt so meine Haare und macht so... Lass es geschehen. Mach dir keine Sorgen. Es ist gleich vorbei. So fühle ich mich. So, Outro. Und das war es noch schon seit von dieser Episode Steel On No... Und das war es noch schon seit von dieser Episode Steel On No... Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und das war es noch nicht.